mein lieben freunde willkommen zurück zu anschauen ich kam nicht mit ihm klar er hatte bestimmt auch genug von mir ich musste dann tot verarbeiten und er war frustriert dass er den schatz nicht fand naja als ich fort bin hätte er mich wohl am liebsten umgelegt überlegt mal was er dir jetzt antun will lieber nicht hör zu erst gruppe los noch schlimmer als er es im team mit uns schon war ich kenne geschichte ich auch noch ein grund warum ich kein schlechtes gewissen habe okay machen wir jetzt weiter hast die kathedrale ja ziemlich aber es ist lange her ist etwas verblasst wir eiern mit unserem bruder da dahin ich glaube der tiefstall des kreuzes hat unseren rave nervös gemacht ein wenig wir müssen einen weg geben darüber glaube ich wir müssen nach oben als ich weiß es nicht tatsächlich Ist das tief? Ja, suchen wir einen anderen Weg nach unten. Da haben wir schon noch einen. Okay, kommen wir da rüber. Da hinten ist eigentlich so ein Basiscamp, oder was ist das? Okay. Okay, ich komme da nicht mehr hoch, oder? Oh, gute Idee. Guck mal. Guck mal. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorle? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße, runter! Oh, Kacke. Runter, runter! Schau mal, schöne Kopfschlüsse machen, ne? Das geht am besten. Okay. Alles okay. Ja, sehr nervig. Sehr nervig. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Da ist ein Heerst da hinten. Kann ich nicht abschießen, ich kann die Waffe nicht ziehen. Warum habt ihr nicht neben der Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Dumm. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Meinst du, wir finden einen Grabstein, auf dem steht, hier liegt Henry Avery, geliebter Sohn und berüchtigter Pirate. Was ist denn das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Zentral gelegen. Mehr Showline-Ausrüstung. Wenigstens keine Shawliner. Hier ist irgendwas drin. Na, wollen wir wetten? Speigenstoff. Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Hey, die Tür ist offen. Kann man mehr nehmen? Laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum draufklettern. Ja. Das ist ja komische Wagen hier. Hey. Damit können wir rausklettern. Ja. Da bleibt nur noch eine Kiste. Warte mal. Ich hab mein Bruder weggesprochen. Ich hab in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Äh, wie runter vielleicht? Ähm, na zja, wo sonst hin? Ja komm weiter damit. Schieb ihn. Ich hab ihn auf dem Rasen hier. Schorline, versteck! 1, 2, 3 Stück ist ja nicht so viel. Noch mehr von der Seite, ok warte mal. Penner! Alter! Oh, da kommen echt viele, ne? Oh, scheiße! Schau in jedem Winkel nach! Spacko! Wir haben lieber die Waffe hier! Wo sind die? Oder war es das? Ist noch ein Winner? Ich sehe keinen. Na gut, dann schiebe ich aus dem Modell. Ja, ok. Das waren glaube ich alle. Gut gemacht. Das ist eine Sammlermotion ein hier. Ja. Verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. Verpiss dich. So. Was ist denn weg, du Affe? Lass uns da rein. Machen wir kalt. So, los. Auf geht's! Ja, komm her! Na gut, kann ich so rausleeren. Na komm, hier geht's längs. Da seh ich schon. Da können wir was schwingen. Hab es! Woah! Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich benutze den Haken. So. Achso, warte. Okay. Meinst du, du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. Hä? So. Siehst du? Ziemlich tollpatschig. Bist du da? Okay. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Ah, wir müssen da hoch. Okay, warte. Ich schwinge noch einmal. Ja, komm mal rüber hier. Hält mal mit der Kackleiter. Los, ich zieh dich hoch. Achso, warte. Oh, das war dumm. Wie dumm war das denn gerade? Da sind ganz nützliches Karma-Schwingen da. Oh, Mann ey. Gut. Ziemlich hoch. Doch. Sehr gut. So. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Okay, hier müssen wir runter. Ups. Runter geht's. Das brennt. Das macht Spaß. Oh. Sprung! Das macht Spaß. Das doppelte, wenn wir sie auslöschen. Man folgt dem Beruf des Geldes. He. Eis kalt. Wird noch kälter. Ich muss pinkeln. Bring unserem jungen Rekruten noch was bei. Okay. Hinschnauern wir von oben. Wie ging es weiter? Hat er die Revolte beendet? Gut gemacht. Dank uns konnte er sie eindämmen. Aber als das Geld ausging, hatten wir keinen Grund mehr dort zu bleiben. Und der Oberst? Hat die Nacht nicht überlebt. Loll. Sehr gut. Nicht so mitnehmen. Versuchen wir so weiter zu machen. Und mehr Leute hier kommen? Ah, da hinten sind noch welche. Okay. Da ist auch noch einer. Oh, ein paar markiert zumindest. Ah, da ist noch mehr. Habt ihr den Ort vorbereitet? Friedhof ist bereit für den reichen Kerl. Sie lassen nicht nach, oder? Die Chefin will Ergebnisse. Und zwar gestern. Irgendwas gefunden? Wir haben wohl etwas entdeckt. Genaueres weiß ich nicht. Also man kann natürlich mit Waffengewalt da durchrennen. Alle barbballern. Oder man märzt sie nach und nach aus. Ich hab leider keine coole andere Waffe, die ich benutzen kann. Ah, okay. Ah, ist die Frage, wie wir ihn als erstes nehmen. Eigentlich ihn ja da, ne? Muss er natürlich schon weggehen da. Ich hab sie! Bei der Waffe! Los, Mann! Oh Mist, runter! Oh, hier runter bleiben. Nachladen. Oh nein, nein, nein! Oh, ich bin direkt reingelaufen. Das war ja dumm. Ach so, ach. Nein, schon wieder. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ja, wir haben uns nicht mehr gekonnt. Ja! Ich bin nicht los! 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 Ist doch gar nicht! Aber es ist seltsam, dass ich mich einfach Ich glaube, wir haben alle hier, oder? So, dann gehen wir mal weiter hier. Wir gehen schnell hier. Ist die Frage oben lang oder unten lang? Dann gehen wir oben lang. Das hat ein bisschen weh gerade. Also gedanklich. Noch einmal. Und hoch. Ja, was hat er noch gesehen? Direkt hinter diesen Mauern. Ist die Frage hier längst? Nee, dann müssen wir außen rum. Doof. Müssen wir hier unten runter. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Trotzdem. Kim, gut. Hey, hier. Nein, noch leise ausschalten können. Aber wozu, wenn man einen Knarre hat, ne? Okay, weiter geht's. Oh, warte. Ich will mir den Knarre immer. Ja, irgendwie Waffen hier. Munition legen. Haben wir schon. Okay. Oh, warte. Müssen wir hier versuchen, diesen coolen Sprung zu machen? Was für eine Aussicht. Nein! 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 Das war eine dumme Idee. Ja, das war dumm. Okay. Muss man einen Weg geben nach oben? Ah, warte. Ich muss mich schon mit mir. Ah, guck mal da. Okay, nicht. Ah, verdammt. Aber das war doch... Da war doch irgendwas, oder? Das war doch so... Hätte ich jetzt so machen können, oder? Ist da irgendwas, wo man ranherschwingen kann? Ne, da drüben sind noch so Pfeiler. Wo sollen wir da achten? Dann müssen wir da hoch. Okay. Sam, hier lang. Cool. Ah, ist schon... Gewagt alle die ganzen Wege hier. Was muss man sagen? Gut. Und jetzt kann man da wahrscheinlich so rüber... springen. Okay. Wir sind kurz zu fix. Okay, oh, jetzt wird es nochmal schwierig. Da geht es auf jeden Fall an den Abrunden fetter. Wir müssen hier irgendwie längs. Komm her, kannst du mit der Mauer machen? Äh, Feuerwehrleute machen? Durchatmen. Wir müssen noch mehr rutschen. Das hier sieht etwas gefährlicher aus. Ja, wir versuchen es mal. Äh, shit. Keine Rolle. Wow, 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 wow. Shit. Okay. Ich darf das auch. Warst du schon mal? Bungee springen? Aber das hier ist klar besser. Äh? Ich glaube, ich darüber... Das hast du also all die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das und beschossen werden. In die Luft gejagt. Geschlagen. Treten. Okay, okay, verstehe. Messern. Drogen. Alter. Richtiger Weg hier denn? Wir müssen gleich da hinten hoch, ne? Aber welcher Weg hier mehr denn da? Kann man auch aufdrehen? Ja, da sollen wir nicht hin. Definitiv nicht. Nein, 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 das war schon richtig. Da, schwingen. Und der nächste schwingt auch. Oh, Moment. Nein, nein, nicht... Wir wollen schwingen. Bin aber da rüber. Genau. Man will immer nach hinten drücken automatisch, deswegen dreht er sich immer so deppenhaft. Das war trotzdem schon ziemlich krass, dass die so können, ne? Oh. Wo wir hin müssen. Müssen wir wieder da springen jetzt? Ist er da rüber gekommen? Von da sind wir ja gekommen. Bist du bereit? Achso, okay. Na, kriegst du das auch hin? Okay, gut, schon schief gehen. Mal gucken. Okay, und jetzt machen wir zusammen das Tor auf, ja? Hilf mir mal. Dann könnte ich mich gewöhnen. Los. Easy. Steht ja hinter jemand mit einer Waffe. Okay, ich hab's. Los. Okay, komm. Wer werden wir? Das stimmt. Mensch. Das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, heiliger Dismas. Ein Trago, ein Trago? Guck mal an. Ah, okay. Suchen wir das Grab. Ey, Nathan. Schoran ist hier. Bei dem sind zwei Entermesser. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch so viel zu tun. Okay, wir brauchen bis 99. Okay. Gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien. Dann haben wir's. Dann entweilen wir ein paar Gräber. Keine Schwerter. Das ist es nicht. Nee, aber ich hab ja vorhin noch Schwerter gesehen. Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Nee. Die Daten sind falsch. Okay. Hier vielleicht? Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Leider falsch. Dann wird's das auch nicht sein. Wer hier? Nein, das sind nur zwei. Nein, falsches Datum und die Schwerter passen nicht. Ja, die Schwerter passen. Und das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da. Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehört er ja nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja. Der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Das ist einfach nur cool, oder? Sowas ist einfach nur cool. Sind wir bereit? Sowas bauen konnten früher, ne? Ich bin schon lange. Aber schon ziemlich cool. Ja, mal sehen, was wir hier haben. Hm. Das ist eine Gruft. Eine Gruft? Sie, sie. Unter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Okay. Das ist groß hier. Gehen wir alle Räume ab. Hier liegt was. Untersuchen. Schottischer Hapeni. Okay. Das ist nur so eine kleine Trophäe, die man zwischendurch finden kann. Oh, ho, 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 ho. Da sind sie ja alle. Jesus. Dies muss zur Linken. Reumütiger Dieb. Gäst das zur Rechten. Böser Dieb. Jörg Thief. Okay. Okay, von whatever. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Hartlampe. Hey, Smokey. Ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Oh, das ist doch mal was. Das sieht mal cool aus. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Okay, wir müssen also... Können wir hier irgendwas machen? Nein, aber wir müssen wahrscheinlich die Lichter da drauf bekommen. Das heißt, wir müssen die Diener so ein bisschen drehen vielleicht. Sieh doch mal. Da ist etwas am Fuß der Statuen. Na, guck mal. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Oh, das gefällt mir. Hey, na bitte. Okay, aber du musst wahrscheinlich alle Lichter auch treffen. Da muss auch noch eins. Ach, guck mal. Dann würden die wahrscheinlich passen. Genau. Ich glaube, das stimmt. Ja, ich glaube auch. Dann gucken wir mal hier bei dem. Ich glaube, das sieht gut aus. Ja, guck mal. Das ist gut aus. Mal gucken, ob die Tür jetzt aufgekommen ist. Ah, das ist ein Kreuz. Probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falsche Schätze. Schöne Aussicht. Aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ah, wer? Hey, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Shit. Kommen wir hier nicht raus? Irgendwie durch den... Können wir nicht einfach die Scheibe kaputt schießen? Das können wir nicht, ne? Wir haben den Einfachsten. Ah, okay. Da kommen wir nicht längs. Aber hat er sich einen Eintrag gemacht dadurch? Oder hat er... Gucken wir mal. Ja, natürlich nicht. Dann müsste er irgendwie... Muss ich mir das merken selber dann da? Nö. Nein, das ist halt einfach selber okay. Gut. Dann müssen wir nochmal zurücklaufen. Ärgerlich. Jetzt gibt es ja schon eine Schießerei hier oben gleich. Nämlich einen so einen Raum, der so groß war. Da könnte man gut rumballern. Na gut. Na gut. So. Da sind sie doch schon. Mist. Die haben das Tor da oben geöffnet. Aber gut. Da müssen wir durch. Okay. Mir nach. Jemand, was vom Spähtrupp auf dem Berg gehört hat? Nichts. Meinst du, wir haben Besuch? Schreckt. Schön wär's. Der Sturm hat die Funkgeräte zerstört. Die sind quasi nutzlos. Okay. Ganz sonst. Oh shit. Wenn ihr in der Scheiße steckt, dann sagst du das. Nein, ich stecke in der Scheiße. So ein Kack. Okay. Vielleicht müssen wir leiser vorgehen. Oh man. Oh. Oh na. Ey, okay, okay, okay. Ich mach's nicht so. Das ist einfach wild drauf los, weil man bringt anscheinend nicht so viel. Naja, oder? Wir warten einfach ein bisschen hier, bis wir da runterkommen. Boah, das ist so hart hier. Okay, brauchen wir ein bisschen viel Wasser. Ah. Okay, das müssen wir ein bisschen stiller machen, glaube ich. Da hab ich recht. Noch zu viele, ne? Oh, okay. Oh. 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 Können wir hier auch irgendwie hochkommen? Guck mal hier. Ich glaube, hier ist alles okay. Guck mal hier. Hier kommt ja nicht, schade. Warte, dann könnt ihr irgendwie hochkommen. Die haben wir schon mal schmackiert. Oh. Hier, wie man schon ein bisschen markiert hat, schonmal. Noch einer. Die markieren wir auch einmal. Ich muss ein hoher Gras bleiben noch kurz. Eine Emelierung aus dem hohen Gras verschickt die Leiche vor anderen Gegnern. Ja, was ist denn da? Oh, die läuft leider gerade keiner längs. Da kommen zwei. Mal gucken, wie wir das machen. Woher geht denn da eine hin? Kann er den auch eliminieren oder muss ich das unbedingt machen? Sehr gut. Hat er die Fragen ja übrig. Oh. Oh. Okay. Ah. Alter. Das ist doch schon ein bisschen nervig. Na gut, fangen wir hier an. Ist ja auch nicht schlecht. Unfassbar, dass er überlebt hat. Sie hat ihn wohl aus seinem Fenster im fünften Stock geworfen. Und er hat überlebt. Er sollte drei Kreuze machen. Die Auktion war voll bewaffnet. Nicht von Schorla. Nicht von unseren Jungen. Ich sage ja nur, wir sollten die Kerle nicht unterschätzen. Aber wir sollten sie auch nicht übermäßig durch. Nein, den ganzen Söldner-Trupp auseinanderzunehmen ist auch nicht so. Ohne, oder? Okay. Einen von uns hat's erwischt! Sie sind noch hier, verdammt! Was zum... Wir haben dich! Nein, die Schorren! Shit. Was ist das? Wo ist da noch einer? Ich sehe ihn gar nicht, aber ich habe ihn nicht getarnt. Ich habe ihn nicht getarnt. Wer ist das Arschloch? Du oder du? Du! Okay, wir sind sicher. Hätte besser laufen können. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Ja, lass mal hoch. Oder? Alter. Der, ich bin Akrobat hier. So. Hier hoch. Hier rüber wir nicht. Wollen wir die Schrubblehende mitnehmen? Schrubblehende ist auch nicht schlecht, ne? Mal versuchen wir die Schrubblehende zu ballern. Wachen wir mal. Okay. Okay. Los, Tuatman. Ja. Okay, los. Was ist denn los? Ich weiß. So. Geht's dir? Hm. Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie. Was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Wo geht's denn weiter her? Ist er noch runter? Wahrscheinlich. Oh. Sieht so aus. Oh. Sieht so aus. Oh. Oh. Ziemlich spektakulär. Direkt unter dem Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er aus. Jungs, wie sieht's bei dir aus? Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Hoch da. Wups. Hats ruhig voraus. Ich höre sie. Aber warte mal. Hier ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Port Morsby verantworten. Wie wär's mit Klappe halten, wer nicht dabei war, hm? Für die Quote ist heutzutage alles gleich ein Massaker. Wir brauchen diese Art Presse nicht. Wir brauchen keine Rivalen, die uns die Arbeit wegnehmen. Weißt du was? Vergiss es. Was fängst du damit an? Ich sagte, vergiss es. Wie du willst. Scheiße, was war das? Ich hab' nicht gesehen, dass er noch so ein Typ ist. Okay, dann müssen wir eigentlich von oben schnappen wahrscheinlich. Oh, ist er runtergeschwommen? Komm, hier. Hier können wir hoch. Gut, dass wir einen Bruder hatten, der dabei ist. Ist man da längst oder da längst? Kann, kann man wohl nicht entkommen. Ja. Ich glaube, wir hätten da hochzuladen können. Wir gehen einfach hin. Ja, der Kapitale eben ist noch mehr. Mason, ich hab ne Leiter gefunden. Okay, ich komme. Ah, dann nimmt auch die Leiter hoch. Okay. Los. Na los. Komm, ich helfe dir hoch. Okay. Ach, Mist. Ich bin zu weit oben. Ja. Warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Hm? Hey, ich hab was. Na, also. Mann, ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg. Nach oben. Der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Hm. Sehr gut. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Ja. Und was machen wir? Oh, dann müssen wir da runter. Nee, da geht's auch nicht weiter, ne? Nee, da geht's auch nicht weiter. Nee, da geht's auch nicht weiter. Nee, da geht's auch nicht weiter. Ich kann hier nirgends vor ran. Ja, warte mal. Man kann da ein Seil dran machen, als ob man das nochmal benutzen kann, okay. Aber... Muss da da irgendwas passieren, oder bin ich verkehrt? Auch kein anderer Weg. Vielleicht muss man sich runter... Keine Sinn. Oder warte mal, oder müssen wir da hoch? Keine Ahnung, nicht hoch. Wo soll man denn hin? Also hier geht's auf jeden Fall längs, aber... Oder warte mal, ich hab eine Idee. Okay, jetzt hab ich's gesehen. Ja, hab ich auch gesehen. Musst du erstmal rüber springen. Und wenn du die große Rutsche ins Verderben neidest. Daran können wir hochklettern. Schon unterwegs. War gut versteckt, fand ich, oder? Ich bin einfach noch mega blind. Mach sein. Hui. Nein, nein, du sollst in die Richtung schwingen, glaube ich. Hier lang. Ich verstehe. Echt cool. Rutschen. Okay. Vielleicht keine so gute Idee. Ach. Ach. Okay. Wir müssen da ran. Scheiße. Achtung. Das war unglaublich. Spare dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Ich folg dir schon. Hm? Wir müssen hier hoch. Hoffentlich hält's. Okay, warte. Oh! Alter, das ist ja auch halt nur am... Ich frag mich, wieso... Ich frag mich, wieso er wieder schon längst da oben ist. Ja, ja, ja. Okay, warte. Mal sehen, ob da noch einen... Shit! Sam! Naja, da hast du so'n Balk, wo ich das ran schwingen kann, ne? Oh, der Familie, oder was? Vielleicht. Von hier aus komm ich nicht zu dir. Hä? Oh! Oh! Hey! Hey! Den Schwung hätt' ich auch noch ein bisschen ausbalancieren können. Ist doch okay. Ist doch okay. Oh! Mach ich! Ich fühl meine Hände nicht mehr. Ich glaub, in der Zeit in Panama hat sich mein Blut verdünnt. Also, so wie er das macht, kann sich ja der... Ich helf dir hoch! So wie er das macht, kann sich ja hier die Ninja-Warrior aus Deutschland können sich ja gar nix hier jeglichen. Ich wäre zu Hause. Mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? Fünf? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, schon? Ganz genau. Okay, geht gerade längst. Wuii! Okay. Los! Darüber! Mensch! Hä? Das war doch... Das war doch gar nicht so tief. War jetzt wirklich nicht tief. Na gut, müssen wir mal machen. Das war jetzt vernünftig. War das zu tief? Eigentlich nicht. Okay. Na los! Mensch! War eine Etage höher, ne? Der Sturm kommt näher. Du warst zu lange im Süden, du darfst. Ich bin eben Warmblüter, ihr Reptile. Kann ich doch drüber schleichen, ne? Wenn der weg guckt. Hier rein. Können wir vielleicht einen nach dem anderen abholen, hier? Ja. Auch noch einer. Ach, was soll's. Okay, okay, okay. Ich bin hier! Hach. Zauber! Du bist hier. Jetzt geht's hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, du dämenches Arschloch. Oh, sehr gut. Musik geht langes Ende. Ich brauche trotzdem eine neue Rasse. Guck mal, ob ich hier ein paar Waffenständer habe. Das Schrotfeld ist nicht schlecht. Oh, was ist denn hier für ein geiles Teil? Barock-Kaliber, die finde ich ja gut. Tauschen wir mal aus hier. Und ich glaube, die hier tauschen wir, die Schrotfeld tauschen wir auch aus, oder? Okay, hier sind Schwingdingen. Wo müssen wir denn hinschwingen? Egal, wir schwingen uns erstmal ran. Wuuuuiiii, das ist gut. Hey, Vorsicht. Ihr könntest nach der Explosion instabili sein. Wer trifft denn mit dinaminen? Söltner, aber Ray weiß es eigentlich besser. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tutt es mir leid. Okay. Hochheben das Ding. Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal. Oh Gott, komm. Können wir noch runterrutschen? Komm mal. Ob es der richtige Weg ist, werden wir nachher erfahren, obwohl ich nicht gut bin. Wirken die auf dich stabil? Stabil genug. Hm. Hey, sei bei denen super vorsichtig. Sache und sprang von einem zum nächsten. Mist. Hältst du noch? Super. Vorsichtig. Danke. Okay. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Kommt. Na ja. Escher kommt auf jeden Fall hinterher. Ich mal mal kurz noch mal was, während du da rumspringst. Hier sind wir noch hoch. Junge, der Sturm wird starker. Wie sieht's aus? Ja. Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lass für euch das Licht haben. Okay. Ich melde mich. So. Ich würde sagen, bevor wir in die Höhle gehen, machen wir hier mal Schluss. Wir haben wieder fast eine Stunde erreicht. Und länger wollte ich die Folgen nicht machen. Als irgendwas Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Hoffe ihr habt Lust beim nächsten Mal dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.